Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hand Showdown. Und diesmal wieder im Modus Seelen-Überleben da. Wieder Krähen und da sind wieder Tiere drin. Aber ebenfalls Krähen da oben. Das gefällt mir eigentlich nicht. Nein, komm. Das gefällt mir. Die Hunde müssen nicht sein. So, gehen wir mal einen da rüber, ne? Oh, Gott. Das ist irgendwo irgendjemand oder irgendetwas auf einen Ast gelatscht. Okay, da sind aber Hunde drin. Das war eine bescheuerte Position. Das ist schon ein Problem, wenn man so schnell wie möglich, aber auch gleich so leise wie möglich sein will. Das beißt sich natürlich ein bisschen. Das Spiel will mir sagen, ich soll ein Messer mitnehmen. Das war jetzt das dritte, glaube ich, ne? Das ist also etwas hinter mir. Ja. Okay, da nehmen wir tatsächlich mit. Da hat er wieder bescheuerte Krähen. Okay, hier war schon jemand. Okay. Okay, hier war schon immer einen Geräusch. Da war schon jemand, okay? krischatzt, Des吧- Die Wasser ist da mal wieder als N表示abend. Die Wasser waren mein Geräusch. Nee. Ja, ich habe' dich. Oh, oh, oh. Scheiße, jetzt hat schon jemand geschafft. Das war eigentlich ein guter Treffer, ach man. Ja. 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 Das war aber nix. Das war aber nix. Was für ein Schiss in der Runde. Das ist selten so schlecht getroffen. Was für ein Schiss. Und dabei habe ich ihn ja eigentlich schon ein paar mal getroffen. Ja, ich habe Fächern bekommen. Was für ein Schiss mitkommen. Was für ein Schiss. Was für ein Schiss. Was für ein Schiss. Was für ein Schiss. Okay, da ist aber noch ein Kompon. Was für ein Schiss. 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 Was für ein Schiss.